Liebe Stadtwerkerinnen und Stadtwerker, das Jahr neigt sich dem Ende zu und während wir uns auf die kommenden Feiertage freuen, steht der Jahreswechsel schon vor der Tür. Ein Jahr voller Herausforderungen liegt hinter uns, insbesondere für Stadtwerke. Die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes war nur eins von vielen intensiv diskutierten Themen. Gemeinsam mit den Stadtwerken im ASEF-Netzwerk haben wir dabei wieder Flexibilität und Effizienz bewiesen. Auch in diesem Jahr gibt es viele Erfolge zu verzeichnen. Unser Netzwerk ist um 35 Stadtwerke auf mittlerweile mehr als 360 Mitglieder angewachsen. Unsere Webseminare wurden von mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besucht und unsere Erfahrungsaustausche, zum Beispiel zu BMP GreenGas, haben sich als wertvolle Plattformen erwiesen. Unser Informationspaket zur CSRD-Berichtspflicht wurde von mehr als 200 Stadtwerkerinnen und Stadtwerkern bestellt. Auch im neuen Jahr werden wir intensiv die Themen Nachhaltigkeit, Wärmewende und Energieeffizienz bearbeiten und freuen uns auf den gemeinsamen Austausch im Netzwerk. Ich möchte mich herzlich für die großartige Zusammenarbeit mit Ihnen und Euch bedanken und sende die besten Grüße vom gesamten ASEF-Team. Genießen Sie die Feiertage und starten Sie gut ins neue Jahr 2024. け? 5 renewed 1 2 1 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020